8 Sterbliche. Ich werde bald erschrecken. Und mit mir der Dämonenfürst. So. 4 Sekunden. Ihr und eure verkommenen Diener werdet vor mir erzittern. Äh, Hilfe! Wir drücken uns! Eine Sekunde. Aber, keine Ahnung. Und? Das, das muss man hier ganz gemütlich, äh, dem angreifen. Ich muss nicht so viel bewegen. Ich mach's jetzt hier gerade alleine. Ja, irgendwie unkür. Ups, verpasst. Komm schon. Genug. Lasst uns diese Feder an einem geeigneteren Ort austauschen. Alter, ich hab den zur Hälfte gekillt. Und was macht mein, mein restliches Team? Floppt sich mit den anderen, oder was? Was ist der? Kommt noch grad niemand. Ah, achtet niemand auf mich. Wie cool ist das denn? Und was ist der? Ich hab mich nicht noch gemütlich bekommen. Flende, dann ein bisschen älter. Ja, kürt die Hardball in den Gästen. Wir sind euch wohlgesundter. Ist ja egal. Oh. Oh shit. Lilly als Killer. Das ist immer so merkwürdig. Ah. Achso, ja. Die Gerechtigkeit hat aufsiegt. Vanschi eskortet nämlich auch. Halli. Und wie viel. Es kann ja... Moment. Ne. Wir haben. Oh. Ich dacht schon, wir wären jetzt früher mal... ...hier verübert, aber... Naja. Dann hoffen wir doch mal, dass der Himmeltier irgendwie anwürt. Ich weiß, dass der Chip noch togern alle zeigte. Ich war noch was. Aber das generelle Verlust. Au. Oh. Jetzt bin ich gerade mal hier. Äh. 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 Naja. Dich gehört. Von Sanitätern kann ich mich anfallen. Oh. Oh. Naja. Naja. Ich zieh mich zurück. Gut. GUT. Bis jetzt aus. Oh. Jemand hat mir die EP abgefluchst. Wer war denn? Anubara. Was muss, das muss. Oh fuck, ich bin langsamer, das nervt. Oh man, gegen Frost, jetzt habe ich keine Chance. Hebt euch wieder, stärker als zuvor. Binmon. Meinst du, meinst du Stunt oder wie? Also betäubt? Ich, äh... Bald kehren wir Unsterbliche zurück, ihr Helden. Welchen Mount meinst du? Legen wir los. Hm. Zweite Aufladung, sehr schön. Zeigen wir es Ihnen. Ich werde dieses Reich von eurer Verderbnis erlösen. Oh, dann haben wir da, wir haben einen... Dingenskerl. Du kannst auf mich zählen. Wohin hauen die denn ab? Oh, dahin. Das, äh, ergibt Sinn. Achso, äh... Die Spinne. Äh... Facebook. Da gibt's ein... Child, das heißt irgendwie erstelle dein Team und da musst du einfach dein... ein paar Leute aussuchen, die du in irgendwelche... Da gibt's so Helden vorgegeben und dann suchst du Leute aus, die diese Helden darstellen sollen. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Und damit... Ähm... Dann am Ende bekommst du dafür, wenn du das teilst... Musst du noch nicht mal öffentlich teilen, sondern auch... Du kannst auch nur für dich teilen. Total lächerlich. Ähm... Dann bekommst du eben die Spinne. Das ist, äh... Eigentlich recht cool. Okay, feuern wir mal die hier ab. Und... Mach das hier raus. Verstärken. Kann man beschleunigen. Hm... Unser eigener ist hier. Da wartet sich fest. Mal gucken. Nein... Ach, scheiße. Ich komme rein. Da war nicht. So... Alter, der Eingriff. Okay. Ich möchte den zurückziehen. Äh... Warten bringt bei mir nix. Aber dieses Mal haben wir wenigstens... Boah... Oh, das wird ermöglicht. Hoffentlich zumindest. Komm schon. Die letzten Kills. Oh, fuck. Mich sterbt. Den letzten Angriff. Sind die blöd oder was? Hier wird's mir zu heiß. Ich zieh mich zurück. Hört sich gut an. Ach, was... Mit... Mit... W... Mit 100 gibt's den... Den Wolf. Okay. Was? Wir waren am Gewinnen. Bei dem Teil. Sag mal, sind die jetzt... ganz von einzelnen Geistern verlassen, oder was? Das sieht man immer ganz klar. Oder? Nicht Defense. Vielleicht ich rumattackiere und hau... die letzten... 2000 Leben weg, die der grad noch hatte. Ist doch lächerlich. das hab ich. Ist doch lächerlich, dass wir das verloren haben. ein... 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 .... ein... ist doch da ein... 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 cái... den ganzen lärm goldschwarz der wolf hat bestimmt was ich hab bestimmt ja wieso muss ich zuerst sterben bevor es irgendwo auf die 6 komischerweise habe ich immer noch eine positive karte dann lasse ich meine ultima auf ein vorlos würde ich sagen ich hoffe die nehmen mir jetzt nicht krumm dass ich jetzt mal nicht gerade mitmache da unten ok wieso jetzt eigentlich da bin ich zu schwach wenn die alle auf angriff gehen w recommend wieso 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 w kannst du wieso wieso Ich geb euch den Boost. Ich geb euch den Boost. Ihr greift an. Oder ihr jagt einfach die anderen und dann ist auch Boost. Ist mir egal. So, gleich haben wir ihn. Endlich mal, muss man sagen. Ja, 13 Augen gelängert. Kann ich mir schon vorstellen, wegen... Ich brauche selbst gerade Versicherungen schon laufen und so weiter. Deswegen schon, aber... Nicht unbedingt für ein Spiel. Nicht unbedingt für ein Spiel. Da wäre mir das Geld dann zu schade für. Dann kaufe ich mir lieber jeden Monat irgendein Billigspiel und zock das dann durch. Ob ich dann mehr davon habe? Keine Ahnung. Aber... Das würde ich dann interessanter finden, als die ganze Zeit dasselbe Spiel zu machen. Mal spielen. Why? Kann ich dir gleich zeigen. Spassenerart. Ich bin nicht mehr. 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 Genau aus diesem Grund sehe ich Gott. Genau aus diesem Grund. Oh, Mann. Hm. Schaden. Nehmt ihr überhaupt nicht fünfmal pro Sekunde unter Beschussung oder sowas im Gebiet? 87 Schaden. Ach was, die werde ich noch einmal einsetzen können. Ja. Hin und wieder lache ich auch mal. Stimmt schon. Nicht immer, aber manchmal. So. Und warum ich Bord gegangen bin? Ach, das ist irgendwas. Na, ist das?